Die Kritik, die jetzt ab und zu aufkam, dass es so lange gedauert hat, ich glaube, das unterstreicht eigentlich die Wichtigkeit dieser ganzen Sache auch für mich persönlich, vielleicht auch für den Verein. Ich hätte mir eher, oder ich finde, es wäre eher Kritik am Platz gewesen, wenn ich im Juni angerufen werde und am 5. Juni beschließe, ich verlasse Mainz 05. Ich muss sagen, das ist der einzige Punkt, wo ich so ein bisschen sauer werde, wenn es um Geld geht. Also ich glaube, das werden die Verantwortlichen auch von Schalke bestätigen, auch hier in Mainz. Dass das 0,0 eine Rolle gespielt hat. Ich lese auch mein neues Gehalt jeden Tag in der Zeitung, es ist ein bisschen gestiegen in letzter Zeit, bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Da muss ich einfach sagen, das ist total dummes Zeug und hat bei meiner Entscheidung überhaupt keine Rolle gespielt.